Wir haben ein neues, modernes Steuerelement bekommen, nämlich den Icon-Button. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir Zugriff auf den Icon-Button bekommen, wie wir damit arbeiten können und wie wir in Kombination mit dem Timer-Steuerelement einen animierten Icon-Button erstellen können. Los geht's! Hallo und schön, dass du hier bist. Wir starten in einer App, in der wir die modernen Steuerelemente aktivieren. Aktuell sind die noch im Preview-Modus. Zu einem späteren Zeitpunkt kann es dann auch schon sein, dass die offiziell veröffentlicht sind und dann Teil von den Standard-Power-Apps geworden sind. Aktuell müssen wir die noch aktivieren. Das machen wir, indem wir auf einem Bildschirm drauf sind. Dann gehen wir auf die Einstellungen. Es öffnet sich ein Fenster. Wir wählen links Updates aus und dann haben wir hier moderne Steuerelemente und Designs. Die sind gerade auf Aus. Ich setze die einmal auf Ein, schließe das Ganze. Wir haben jetzt hier einen neuen Punkt bekommen, nämlich die Designs, die wir auswählen können. Daran orientieren sich dann all unsere modernen Steuerelemente. Steuerelemente und wir können dann neue, moderne Steuerelemente auch einfügen. Ich gehe auf Einfügen, gehe auf die Schaltfläche und dann haben wir uns hier jetzt schon einen modernen Button eingefügt, einen Icon-Button. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Wir haben den gerade ausgewählt. Wir sehen jetzt rechts im Eigenschaften-Fenster viele altbekannte Eigenschaften, die wir auch von unserem Button kennen. Also zum Beispiel den Text, den verändern wir mal zum Speichern. Und jetzt haben wir hier eben ein Icon und das ist ein Dropdown-Feld. Und hier sehen wir verschiedene Icons, die wir auswählen können. Und ich nehme jetzt einfach mal das erste Icon, das ich finde. Das ist ein Add-Icon. Wir sehen, das erscheint jetzt hier auf unserem Button. Und wenn wir hier nochmal reingehen, dann können wir hier ein bisschen nach unten scrollen. Wir können das Ganze auch durchsuchen. Wir sehen hier aber schon eine aktuelle Limitation des Icon-Buttons, denn wir können hier kein beliebiges Icon hochladen, sondern wir müssen mit den Icons arbeiten, die uns Power Apps hier vorschlägt. Und wenn wir das Icon nochmal wegbekommen möchten, dann klicken wir hier einmal auf Icon, im Eigenschaften Editor ist Icon ausgewählt. Wir sehen, diese Icons sind als String hinterlegt, also hier zum Beispiel Add. Und wenn wir das einmal wegnehmen, dann sehen wir, jetzt verschwindet dieses Icon. Okay, wir nehmen nochmal ein passendes Icon. Ich gehe mal nach unten und nehme die Diskette für das Save-Icon. Und dann gehen wir zu der nächsten Eigenschaft, das ist das Layout. Und hier haben wir vier Möglichkeiten. Das Icon kann Before sein, also links von unserem Text. Wir können das Icon After haben, also nach unserem Text. Wir können nur den Text haben, das ist im Prinzip unser klassischer Button. Und wir können Icon Only haben. Und gerade Icon Only wird uns die Arbeit einfacher machen, wenn wir zum Beispiel eine Navigationsleiste erstellen. Immer wenn die eingeklappt ist, dann sehen wir nur das Icon von unserem Button. Und wenn die Navigationsleiste ausgeklappt ist, dann sehen wir den Button mit dem Text. Übrigens, falls du eine eigene Navigationsleiste erstellen möchtest in Power Apps, ich habe dazu schon mal ein eigenes Video gemacht, verlinke ich rechts oben und unten in der Videobeschreibung. In dem Video gibt es auch einen kostenlosen Download für die Navigationsleiste, die du hier siehst. Okay, wir haben dann Standard-Eigenschaften, wie zum Beispiel die Sichtbarkeit setzen von unserem Button. Wir können den Display-Mode, den Anzeigemodus wählen. Alles andere außer Bearbeiten, also deaktiviert oder Ansicht, führt dazu, dass wir mit dem Button nicht mehr interagieren können, dass wir da nicht mehr draufklicken können. Dann haben wir die Möglichkeit, die Ausrichtung des Texts und des Icons auch zu bestimmen. Also wir nehmen hier nochmal Icon Before, machen das ein bisschen größer. Und dann sagen wir mal hier, das ist die horizontale Ausrichtung. Wir können das Ganze linksbündig machen, wir können das rechtsbündig machen, wir können es als Blocksatz definieren oder als zentriert ausrichten. Die beiden Sachen, Blocksatz und zentriert, machen nur einen Unterschied, wenn es mehrere Zeilen an Text gibt. Wir haben außerdem die vertikale Ausrichtung. Hier ist es gerade mittig ausgerichtet. Wir können das auch oben ausrichten, unten ausrichten oder wir sagen es nochmal in der Mitte. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die Icon Rotation festzulegen. Und das wird uns gleich helfen, da eine Animation reinzubringen in unseren Icon Button. Also wir können hier zum Beispiel sagen 90 Grad für die Icon Rotation. Und dann ist unser Icon jetzt hier 90 Grad nach rechts gedreht. Außerdem haben wir die Position, die Größe und den Abstand. Das sind relative Standardeigenschaften für Steuerelemente. Wir haben hier noch die Art unseres Buttons. Dort sehen wir Primary, Secondary, Outline, Subtle und Transparent. Und die Sachen gehen wir mal durch. Primary bezieht sich auf das Design, das wir für die modernen Steuerelemente festgelegt haben. Und das haben wir gerade ausgewählt. Ich halte mal die Alt-Taste gedrückt, damit wir sehen, wie wir mit diesem Button interagieren können. Also wenn wir draufgehen, wird die Farbe leicht dunkler. Und ich kann nochmal draufklicken, dann wird sie nochmal ein Stück dunkler. Das bedeutet also, dass die Art Primary ist. Wenn wir das Ganze auf Secondary festlegen, dann sehen wir einen leichten grauen Rahmen. Die Farbe der Schrift ist schwarz. Und wenn ich hier draufgehe, dann wird das leicht grau. Und ich kann hier auch nochmal draufklicken, dann wird das grau ein bisschen dunkler. Gerade Primary und Secondary machen in unseren Apps vor allem dann Sinn, wenn wir eine Hierarchie an Buttons festlegen möchten. Wenn wir zum Beispiel sagen möchten, speichern, das ist der Standardfall. Dann legen wir dafür Primary fest. Und wenn wir abbrechen, dafür einen Button haben, dann legen wir das auf Secondary fest, damit wirklich der Fokus unseres Benutzers direkt auf dem Speichern-Button, also auf dem Button, der als Primary festgelegt ist, dort landet. Okay, wir haben außerdem Outline. Sieht sehr ähnlich aus zu unserem Secondary. Aber wenn ich hier drübergehe, hat das keinen Hover-Effekt. Und wenn ich hier draufklicke, dann entsteht auch kein Fill-Hover-Effekt. Also die Hintergrundfarbe verändert sich nicht, sondern nur der Rahmen wird leicht dicker. Dann haben wir Subtle. Jetzt verschwindet der Rahmen komplett, aber wenn ich drübergehe, haben wir hier einen Hover-Effekt. Und wenn ich draufklicke, sehen wir auch nochmal, dass es ein bisschen dunkler wird. Und zu guter Letzt haben wir Transparent, auch hier keinen Rahmen. Und wenn ich draufgehe, dann verändert sich die Schriftfarbe und auch die Icon-Farbe auf unsere Primary-Farbe. Und wir können unser Icon, das können wir auch ausfüllen lassen. Das sehen wir im Icon-Style. Das kann entweder Outline sein oder Filled. Dann sehen wir jetzt, wird das Icon hier invertiert und es ist hauptsächlich ausgefüllt. Ich verändere das nochmal auf Primary und ich würde auch sagen auf Outline. Und ich nehme auch mal die Icon-Rotation weg. Denn wir möchten uns jetzt mal anschauen, wie wir hier einen animierten Icon-Button hinkriegen. Aber falls dir das Video bis hierhin jetzt schon gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke klickst, damit du keins meiner neuen Videos mehr verpasst. Eine Icon-Rotation kriegen wir hin, also eine Animation mit Hilfe eines Timer-Steuerelements. Dazu gehen wir auf das Plus-Zeichen. Wir suchen in der Gruppe Anzeige und finden hier einen Timer, den wir uns einfügen. Ich ziehe den mal nach rechts. Wir haben hier einen Timer 1, heißt der aktuell. Und wir haben eine Dauer, das ist in Millisekunden angegeben. Wir sagen hier mal 1500, das sind dann 1,5 Sekunden. So lange wird dieser Timer gehen, wenn wir ihn starten. Ansonsten sagen wir wiederholen auf Aus, automatisch starten auf Aus und die automatische Pause können wir auf Einlassen. Und jetzt möchten wir immer, wenn wir auf unseren Button klicken, dann möchten wir diesen Timer starten. Und das machen wir mit einer Variable. Wir gehen auf unseren Button, gehen ins OnSelect Event, also immer wenn wir draufklicken. Und dann sagen wir hier Update Context. Das definiert eine lokale Variable, die existiert auf diesem Bildschirm. Möchten wir eine Variable für die komplette App definieren, dann machen wir das mit der Set-Funktion. Update Context nimmt Klammer auf und dann einen Datensatz, geschweifte Klammer auf. Jetzt können wir den Namen der Variable frei definieren. Wir sagen VAR für Variable Start Timer, Doppelpunkt und das soll auf True gesetzt werden. Geschweifte Klammer zu, runde Klammer zu. Und diese Variable, die soll jetzt unseren Timer triggern. Ich gehe auf den Timer, wir gehen auf die Start-Eigenschaft und dort machen wir das abhängig von VAR Start Timer. Okay, dieser Timer, der gibt uns übrigens einen Wert zurück. Und diesen Wert, den nutzen wir dann in der Rotation. Wir gehen dazu in die Icon Rotation, die ist gerade auf 0 gesetzt. Und wir sagen, wir machen die abhängig von Timer 1 Punkt, von dem Value. So, wir können das vielleicht schon mal testen. Wir führen es mal aus mit F5 und dann klicke ich hier einmal drauf und dann sehen wir jetzt, rotiert unser Icon und der Timer, der wird hier gesetzt. Wir möchten jetzt noch ein paar Veränderungen daran vornehmen. Auf der einen Seite war die Rotation, die war relativ schnell. Und das können wir einmal beheben. Wir gehen mit Escape nochmal aus unserem Benutzermodus raus. Gehen hier nochmal drauf auf die Icon Rotation. Die war ja gerade Timer 1 Punkt Value und die war aber ein bisschen zu schnell. Das heißt, wir können das Ganze hier zum Beispiel durch 3 teilen, um das ein bisschen langsamer zu machen. Wir können es auch einmal testen. Ich klicke hier mal mit Alt drauf. Das funktioniert aktuell noch nicht. Warum? Weil wir, ich gehe jetzt nochmal nach oben, diese Variable, die wir gerade gesetzt haben im OnSelect Event, die ist gerade immer noch auf True gesetzt. Und wir müssen irgendwo definieren, dass das wieder False ist, damit das wieder auf True gesetzt wird und dann auch wirklich den Timer wieder triggert. Wir könnten zum Beispiel hier sagen, hier könnte jetzt weiterer Code ablaufen, wenn wir hier draufklicken. Und am Ende hätten wir das Ganze dann Update Context nur mit False. Oder was wir für unser Beispiel jetzt machen, wir nehmen uns das mal und sagen am Ende des Timers, also wenn der Timer fertig ist, OnTimerEnd, sagen wir hier Update Context von VRR Start Timer und das setzen wir auf False. Müssen wir jetzt einmal noch händisch triggern, damit das einmal auf False gesetzt wird. Ich füge mal noch eine Schaltfläche ein. Ich füge das hier auch nochmal ein. Füge das mal aus. Jetzt ist es auf False gesetzt. Ich klicke hier einmal auf Speichern. Jetzt funktioniert das. Und jetzt wird das am Ende wieder auf False gesetzt. Also ich kann hier nochmal draufklicken und das funktioniert jetzt wieder. Okay, was wir außerdem noch haben möchten ist, wir sehen am Ende ist die Icon Rotation, die ist nicht abgeschlossen. Das möchten wir einmal beheben. Und am Ende möchten wir auch den Timer ausblenden können. Das Ganze funktioniert weiterhin, wenn der Timer hier ausgeblendet ist. Ich gehe einmal nach links oben. Diese Hilfsschaltfläche, die nehmen wir einmal weg. Und bei unserem Button gehen wir in die Icon Rotation. Und dort arbeiten wir mit der If-Bedingung. Wir sagen If, wenn uns VAR Start Timer, wenn das True ist, dann gib uns bitte den Wert aus dem Timer zurück. Und ansonsten gib uns für die Icon Rotation einfach bitte 0 zurück. Wir führen das mal aus, klicken da drauf, dann dreht sich das. Und dann sehen wir, am Ende ist es jetzt wieder hier weg. Außerdem möchten wir beim Speichern ein anderes Icon drin haben. Und auch dazu gehen wir hier auf unseren Button. Wir haben aktuell heißt das Icon, das sehen wir in dem Eigenschaften ID to Icon, ist das das Save Icon. Und wir möchten, solange sich das dreht, auf Arrow Clockwise ändern. Und auch hier, wir arbeiten mit der If-Bedingung. If, VAR Start Timer. Wenn das True ist, dann gib uns Arrow Clockwise zurück. Und ansonsten gib uns bitte den Save Button zurück. Okay, wir führen das ein letztes Mal aus. Klicken hier drauf. Wir sehen das andere Icon. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann sehen wir wieder unseren Save Button. Und wenn du jetzt fünf weitere Tipps wissen möchtest, wie du das Design deiner Apps verbessern kannst, dann schau dir gerne mein Video dazu an.